guten morgen leute ich grüße euch heute am dienstag den 19 september 2023 um 10 o4 und wie soll auch hier ein tief fliegender keine ahnung kommt weiß ich nicht so alle dabei aber wie man sehen kann am hoodie es ist heute frisch frische 14 grad ja einstimmung auf den herbst und überhaupt also das jetzt haben wir hier so ein bisschen norddeutsches wetter heute aber das hält uns nicht ab ja die die geriatrie gruppe schlägt sich tapfer also ganz ehrlich ja und nachher geht es in den bäumen raus ich habe zu genannt Der Urlauber ist mir nicht besonderlich als Brüder. Nee, ich nicht. Der schmeißt sich immerhin noch. Ja, nix. Guck dir das an. Das ist jetzt ein richtiger Test mit der Windgeräuschreduzierung. Sorry. Ja. Ja. Das stimmt. 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 So ich glaube Möppi ist fertig. Ich helfe wieder hoch. also der andere auch ach du scheibe die leine ja 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 es geht überhaupt okay Wir haben gewartet, bis sie da ist. Die sind so glücklich. Die sind so glücklich. Die sind so glücklich. nein